Ich gebe Zeugnis von der erneuernden Kraft, der Liebe Gottes und dem Wunder seiner Gnade. Ihm geht es um den Glauben, den Sie irgendwann entwickelt haben werden, und nicht um die Tageszeit, zu der Sie dies erreichen. Wenn Sie Bündnisse eingegangen sind, halten Sie sie. Wenn Sie noch keine eingegangen sind, schließen Sie sie. Wenn Sie welche eingegangen sind, halten Sie sie. Wenn Sie alle eingegangen sind, Sie aber gebrochen haben, kehren Sie um und stellen Sie sie wieder her. Es ist nie zu spät, solange der Herr des Weinbergs sagt, dass noch Zeit ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017